Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin pumpt wieder ein bisschen. Wir haben die 25.200 US-Dollar-Marke nach oben hin durchbrochen. Unser Short-Szenario ist erst einmal vom Tisch. Heute ist Hexensabbat, das heißt es kommt ein bisschen Spannung rein und es gab wichtige News. Darauf werde ich auf jeden Fall gleich eingehen und natürlich, was machen unsere Trades, was können wir jetzt die nächsten Stunden oder jetzt Richtung Wochenende auf jeden Fall erwarten. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk und Signalgruppe reinjoinen. Dort habe ich gestern nochmal ein Signal gepostet, ob das auch abgeholt wird, ist momentan ein bisschen fraglich aufgrund der News, aber da werden wir jetzt auf jeden Fall gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, ansonsten Like da lassen, Abo da lassen und wie gesagt Telegram-Gruppe joinen. Gut, und damit würde ich sagen, haben wir oder habe ich genug Werbung erst einmal gemacht, wir gehen direkt in den Chart rein. Momentan traden wir bei ungefähr 25.800 US-Dollar. Ja, wir sind wieder gepumpt heute Nacht, erst einmal um 3 Uhr in Richtung, wir hatten so eine Spitze bei ungefähr 25.900 US-Dollar. Wir haben nur noch ein kleines Problem und das ist immer noch so ein bisschen, ja die größeren Timeframes, muss man ganz ehrlich so sagen. Momentan sieht es ganz gut aus, wir vergleichen das Ganze nochmal kurz mit dem Binance-Chart, wie das mit einem Daily Close aussieht. Wir hatten noch keinen Daily Close über eben dieser wichtigen 25.300 US-Dollar Marke. Das ist noch so dieser Punkt, der mir fehlt. Klar, wir haben jetzt hier dieses Hoch schon mal rausgenommen bei dem 24.800, aber in den größeren Timeframes ist es noch nicht das, was ich will. Also ich will mindestens ein Daily Close, besser wäre es sogar Weekly Close über 25.300 US-Dollar, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und was hat jetzt diesen Pump nochmal ein bisschen zusätzlich ausgelöst? Ja, ich habe es gerade in der Telegram-Gruppe gepostet. Wenn du monatelang Panik verbreitest, Balance-Sheet runtersetzt und dann innerhalb weniger Tage 300 Milliarden US-Dollar druckst. Ja, die FED hat ihr Balance-Sheet ein bisschen erhöht, sind nur 300 Milliarden, ist ja nicht viel oder so, um die ganzen Banken zu retten. Und ich sage euch eins, das ist erst der Anfang. Wenn jetzt eine Bank nach dem anderen strauchelt und so, muss natürlich immer mehr Geld in den Markt gedruckt werden. Wir haben es in der Schweiz gesehen, wir sehen es in den USA. Wer weiß, was mit den ganzen europäischen Banken noch los ist. Und das drückt natürlich den Kurs nach oben. Und dann haben wir auch noch die Zinssorgen, die ein bisschen zurückgegangen sind. Man rechnet nur noch mit 0,25% Erhöhung der Zinsen, wenn überhaupt. Und das drückt natürlich die Märkte nach oben und natürlich auch das Volumen. Und das gefällt mir momentan sehr, sehr gut. Gut, wie gesagt, Daily Close müssen wir noch ein bisschen abwarten heute oder jetzt übers Wochenende da mal gucken. Aber wir haben erstmal den kleinen wichtigen Widerstand bei den 25.200 US-Dollar durchgebrochen. Nächster Step wäre jetzt hier oben diese wichtige Marke um 26.340 US-Dollar. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie sich der Markt so ein bisschen orientiert. Es ist weiterhin immer noch so ein bisschen dieses kleine Short-Szenario, was ich ein bisschen im Blick habe. Und zwar resultiert es daraus, sollten wir hier oben nur einen Wig reinsehen. Eben in unsere Ineffizienz bei den 26.700 US-Dollar. Und das 1.272, da gehe ich gleich nochmal drauf. 1.Fib-Level liegt hier eben auch noch. Sollten wir hier oben nur einen Wig reinkriegen und drunter schließen, also ich sage jetzt mal mindestens unter diesem Wig hier bei den 26.370, dann ist es bearish und dann gehe ich immer noch ein bisschen kleinere davon aus, dass wir doch nochmal so einen kleinen Rücksetzer zwischen 23.000 und 22.000 US-Dollar sehen. Deswegen lasse ich dieses Setup, was ich gestern in Telegram-Signalgruppe gepostet habe, immer noch drin, einfach um hier nochmal ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Aber sollten wir hier durchballern, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir hier Richtung 28.000 US-Dollar gehen. Warum Richtung 28.000 US-Dollar? Ich habe es in den letzten Tagen immer mal wieder angesprochen, dass wir hier oben eben das 1.618er-Fib-Level bei den 28.800 US-Dollar liegen haben. Das resultiert daraus, wenn du das Fib-Level oder wenn ihr das Fib-Level hier bei den 25.3 bis zu unserem Abverkaufslevel zieht, seht ihr, dass einerseits das 1.272er perfekt in der Konfluenz mit unserer Ineffizienz steht und das 1.618er, was perfekt zu einer größeren Welle nochmal dazu passen würde, weil ihr kennt ja auch Hybrid-System, Traders Reality verfolge ich ja auch ziemlich oder handelt ziemlich danach, dann passt es auch hier sehr, sehr gut zu der nächsten Impulswelle hier hoch, die dann auch wiederum eine kleine Ineffizienz darstellt. Also ihr seht die Konfluenz hier oben sehr, sehr hoch, da kann heute noch ordentlich Bewegung reinkommen. Trotzdem, wie gesagt, das ist Hexensabbat an den Märkten und wir wissen noch nicht so, wie die ganzen US-Börsen und sonstigen reagieren. DAX momentan, der Long Trade läuft auch ganz gut, aber da ist noch nicht so wirklich die Bewegung drin. Aber natürlich registriert die Börse das auch mit, es wird mehr Geld gedruckt wieder, es gibt wieder ein bisschen mehr Hoffnung und so. Also es sieht momentan gut aus, aber um ganz, ganz sicher zu gehen, Daily Close und der nächste Step wäre der Weekly Close am Sonntag. Wie schließt der kurzfristig? Wie gesagt, müssen wir jetzt mal gucken, reicht die Power? Es kam hier sehr, sehr viel Volumen rein heute Nacht, also sehr, sehr viel für diese kleine Candle, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir uns in diesem Bereich nochmal kurzzeitig zurückbewegen. Also einfach, um die Liquidität hier nochmal aufzusammeln und dann versuchen, nochmal mit einem höheren Tief einfach diese Aufwärtsbewegung nach oben hin vorzusetzen und dann Richtung 28.800 US-Dollar loszutraden. Kleines Setup vielleicht jetzt noch, werde ich vielleicht später auch nochmal posten, für alle, die jetzt hier noch nicht long sind. Ich bin ja schon ein bisschen länger long wieder. Dass wir hier vielleicht nochmal ein kleines Setup reinposten mit einem Entry bei 25k, mit einem Stop-Loss knapp unter 24.600 US-Dollar. Auch hier lohnt sich mal der Blick, wenn wir hier vom Risk ein bisschen sprechen, wären wir bei 1,7%. Ist okay, wenn wir dafür aber einen riesigen Aufwärtsimpuls gehen, kann man das absolut eingehen. Wäre ein kleiner Scalping-Trade, aber könnte sich auf jeden Fall lohnen. Aber müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten. Wie gesagt, momentan gefällt es mir sehr, sehr gut, auch wenn der RSI hier schon wieder knapp am überkauften Bereich knabbert, würde ich hier gerne noch eine Bearish Divergence sehen. Also das heißt mindestens, das Ziel ist mindestens ein höheres Hoch oder zumindest die Ineffizienz hier oben abzuholen. Also ihr seht, es tut sich einiges. Es wird immer, immer interessanter und die Hoffnung auf die 28 oder 30k steigen. So langsam kann ich das Clickbait auch ein bisschen zurückziehen, weil es wird immer wahrscheinlicher. Ganz ehrlich, ich sehe mittlerweile wirklich die 28.000 US-Dollar, sollten wir hier oben nachhaltig durchbrechen. Dann ist es ein bullisches Szenario und ich meine ganz ehrlich, dass dieser kleine Bubbel, wenn man jetzt mal überlegt, es wird monatelang Panik geschrieben und dann drückt man innerhalb von kürzester Zeit 300 Milliarden US-Dollar. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Ball. Gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin. Ansonsten das Bearish Szenario, habe ich ja erklärt, immer noch so diese Chance, dass wir nochmal Richtung 23 oder 22.6, da habe ich ja wie gesagt gestern das Setup gepostet, nochmal runterfallen, einfach um diese ehemalige Range hier zu testen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es da aus? Auch hier haben wir leider bisher zumindest noch nicht unseren Trade abgeholt. Der würde hier bei den ungefähr 1.585 liegen, so kurz vor dieser Zone leider noch nicht passiert. Nur was man hier auch ein bisschen beachten muss und da habe ich das, glaube ich, ein bisschen die letzten Tage vernachlässigt, ist der Daily-Time-Frame. Ihr seht es hier, der Downtrend, den wir hier haben bei Ethereum, den ich ein bisschen nachziehen muss, wurde jetzt bestätigt. Wir hatten unser impulsives Breakout, wir hatten die Bestätigung hier raus und jetzt muss aber auch hier ein bisschen der Up-Trend draus folgen. Das heißt, ich mache hier mal ganz kurz der Übersichtlichkeit halber das FIP-Level weg. Der Downtrend, das war der Downtrend Nummer 2, einerseits nochmal von diesem WIX hier oben. Ja, wir wurden hier damals das erste Mal rejected, dann ging es nach unten. Gleiches Szenario so wie bei Bitcoin, wenn ihr das noch ein bisschen im Blick habt. Ja, und jetzt impulsives Breakout, schönes Volumen, Bestätigung und jetzt diese Daily-Candle dann auch wieder sehr, sehr schön impulsiv nach oben hin. Jetzt gilt es natürlich auch hier bei Ethereum, wir brauchen ein höheres Hoch, weil nur dann ist auch wirklich dieser Aufwärtsimpuls in Gange. Das heißt, wir müssen auf Daily-Sicht mindestens hier über den Bereich der 1.772 US-Dollar schließen. Besser wäre sogar ein bisschen drüber. Gegebenenfalls nochmal diesen Support bestätigen und dann kann Ethereum hier wirklich eine Rally starten. Denn ihr seht so ein bisschen die letzten Monate, riesige Seitwärtsphase, zwar immer mit so einem kleinen Aufwärtsimpuls, was nicht verkehrt ist. Also wenn wir das jetzt mal hier ein bisschen als Linie ziehen, kann es genauso sagen, okay, wir haben hier so eine Art Ascending Triangle, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Wie gesagt, schöner Aufwärtsimpuls, schöne Seitwärtsrange und das Ziel übergeordnet würde mal mindestens hier oben bei den 2.400 US-Dollar liegen. Auch hier ziehe ich mal ganz kurz eine Linie rein oder wenn wir ein bisschen noch mehr nach den Ineffizienzen hier oben gehen, bei 2.724 US-Dollar. Ich werde aber dadurch, dass wir so einen guten Einstiegspot, das geht jetzt an alle Spot-Trader da draußen oder für alle, die Spot damals eingestiegen sind, ihr könnt euch daran erinnern, wir hatten hier unten unsere Kaufzone bei 1.100 US-Dollar. Das heißt, ich werde auch bei Ethereum, sobald wir hier in die Region um 2.100 oder 2.000 US-Dollar kommen, meinen Einsatz rausziehen und nur noch die Gewinne bei Ethereum laufen lassen. Ist mir egal, auch wenn der Bullrun startet. Ich bleibe zumindest bei den Altcoins erst einmal bei meiner Strategie bestehen und dann schauen wir weiter. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in die kleineren Timeframes. Was könnte sich hier noch so ein bisschen erübrigen? 4 Stunden Timeframe, auch ein schöner Impuls, zwar nicht so viel Volumen, deswegen würde ich hier momentan erstmal noch keine Longs irgendwie platzieren. Da warten wir jetzt erstmal noch ab. Bitcoin gefällt mir charttechnisch deutlich, deutlich besser. Aber wie gesagt, das Ziel muss hier sein, 1.772 per Daily Close und natürlich auch per 4-Stunden-Close hier oben die 1.770 US-Dollar. Kriegen wir hier ein Close drüber, am besten sogar 4 Stunden, nicht 1 Stunde, 4 Stunden wäre deutlich besser. Mit einer Bestätigung haben wir hier erst einmal freie Fahrt. Also ihr seht, ich bin deutlich, deutlich bullischer eingestellt als die letzten Tage. Korrektur ist für mich jetzt erst einmal zumindest kurzfristig abgeschrieben, aufgrund der ganzen Good News. Aber gute News soll man auch nicht zu viel interpretieren, kann auch immer ein bisschen in die Hose gehen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für das heutige Update. Wenn ihr Altcoin-Mütze habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare. Später kommt da noch das Video über XRP. Ihr wisst, es ist Freitag, kommt immer XRP-Update-Video. Also würde ich sagen, hören wir uns dann später wieder. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram, Talk und Signalgruppe gerne joinen. Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, hoffen wir auf einen erfolgreichen Tag. Updates wird es später auf jeden Fall noch genug geben. Und ja, dann war es so von meiner Seite. Bis dahin oder bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.